Ursula Schneiderschüttel, Nationalrätin aus dem Kanton Fribourg, wohne hier in Murte und ich bin auch Präsidentin von Pro Natura. Die Landschaft bringt mir etwas, wenn ich spazieren kann, wenn ich mich entspannen kann in der Natur. Wenn ich meinen Blick schweifen kann, die Hügel anschauen, den See, wenn ich die Sonne sehe, die sich im See spiegelt. Das ist etwas, das mir hilft beim Entspannen, vor allem auch nach längeren Arbeitstagen. In den letzten Jahrzehnten wurde sehr viel Land ausserhalb der Bauzonen überbauen. Landwirtschaftliche Bauten wurden umgenutzt, Schüren zu Wohnungen umbauen oder Steu zu Ferienwohnungen. Das ist nicht das Richtige und die Landschaftsinitiative hilft, das zu verhindern, indem sie einen Baustopp dem Baubaum ausserhalb der Bauzonen setzt. Ich unterstütze die Landschaftsinitiativen, damit wir wieder der Natur mehr Fläche zurückgeben können. Jetzt hast du die Folge in dieser Gruppe vom Baustoppelgarten auf. Und dann gehen Sie weiter weiter. Und dann werden Sie das Richtige Bauten auf. Und dann werden Sie das Richtige Bauten auf. Und dann werden Sie die Bilder auf den Hauptstreichen Bauten aus meiner Federigen und betrachten. Und dann können Sie das Richtige Bauten gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020